Entdecken Sie beim Aufstiegskongress 2023 in mehreren Vorträgen, wie Sie durch wirkungsvolles Content-Marketing zum stillen Gewinner werden, während Sie sich als Experte positionieren und das Vertrauen Ihrer Kunden gewinnen. In dem Zusammenhang schauen wir uns auch an, ob künstliche Intelligenz bessere Marketing-Ergebnisse erzeugt oder ob die KI das K.O. im Marketing bedeutet. Dieser Teaser wurde übrigens komplett von JetGPT erstellt. Oder doch nicht? Finden wir es gemeinsam beim Aufstiegskongress 2023 heraus. Aufstiegskongress. Aufstiegskongress. Aufstiegskongress.